Hallo, ich bin Christoph und ElektroPlus Fachverkäufer. Ich erkläre euch heute, was ihr beim Kauf eines Wasserkochers beachten solltet. Je nachdem, für welches Gerät ihr euch entscheidet, sollten folgende Funktionen auf jeden Fall im Wasserkocher verbaut sein. Ein Trockengeschutz, damit, wenn ihr das Gerät anschaltet und kein Wasser drin ist, es euch nicht kaputt geht. Und ein Kochstopp, der nach dem Kochen automatisch abschaltet. Bei einigen Geräten ist es sogar möglich, die gewünschte Temperatur einzustellen. Bei diesem Siemens Wasserkocher kann die gewünschte Temperatur mit einem Warmhalteknopf für längere Zeit gehalten werden. Die Heizspirale im Wasserkocher sollte möglichst verdeckt sein. So ist die Reinigung bei Verkalkungen wesentlich einfacher. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht einfach in eines unserer ElektroPlus Fachgeschäfte.